Ahead, Stunno Gaming Und heute spielen wir euch Deswegen muss ich mal kurz ein bisschen Essen sammeln Ich habe vergessen auf welchem Knopf das war, auf E, ne? Wie macht man denn noch mal? 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 Nee, das war Gifflicken OOOH Ech, die kriegen sie mit diesem Spiel echt Das ist mal so Das ist mal so Also Wasser kann ich föhnen damit Nee, kann ich nicht Weil ich dieses Scheißding anscheinend ich habe Hä? Ähm, du hast denn jetzt hier Fackel Was hat die gemacht? Wo ist die denn jetzt? Da Was ist denn jetzt schon wieder das Problem von ihm? Wie macht die diese Debt immer im Spiel? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Warum, ey, die geht mir auf die Sache Die Bären Was ist denn da? Oh Was ist denn da? Ist jetzt einfach alles was es dir gibt Oh, was verdorben ist Bin ich denn jetzt verletzt? Ich verletzt! Wir spielen, ne, Alter. Ist jetzt voll. ... ... ... ... ... Was ist mir denn immer noch kalt? Ich check das nicht. Ich check das echt nicht. Ich will das auch gar nicht checken. Wie wird mir denn warm? Ich hab schon ne Fackel in der Hand. Ey, warum wird mir nicht warm? Wie wird es wieder warm? wie wird es jetzt wieder war jetzt an nahrung sauerstoff ausdauer gesundheit ist mir wieder kalt check das nicht was kann ich denn hier so eine zweite Axt warum kann ich ach wegen Holz ein 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 Okay. Okay. Wo kann ich das denn nicht da hinpacken? Eine einfache Tür aus zusammengebundenen Stückenkanzler. Einfach gewandt. Du musst dich da einfach nur craften. So. Und anderes. Vamos. Oh dear. Muss man ganz schnell rüber. Schnell bitte. Schnell. Ich muss ganz schnell hier rüber. Vor allem bin ich so gesprungen. Ah, jetzt ist mir nicht mehr kalt. Noch ist zu. Schnell. Ach so. Komm herr. Oh, 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 oh. Kaffee 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 Ok jetzt ist mir wieder kalt äh, nichts passiert mit Was ist das? Das ist nicht mehr. Okay, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr in einem Kommentar da. Habt auch gerne auf dem Discord-Server im Chat irgendwas. Haut rein, Leute. Euer Stunzow. Ciao, ciao. Ciao, ciao.